Ja, meine Lieben, ich bin hier beim Zukunftstag Mittelstand in einer voll gesetzten Halle. Im Moment läuft die Begrüßung mit dem Bundesgeschäftsführer des BfHMW, Christoph Ahlhaus, und dem Präsidium ehrenamtlicher Unternehmer, die diesen Tag hier eröffnen. Wir haben einen hohen Anspruch an diesen Tag. Der Mittelstand erwartet die Transformation in die Zukunft. Erwartet die Bedingungen, damit es sich wieder lohnt zu arbeiten, sowohl materiell, aber auch in rechtlicher Hinsicht, was Bürokratie und andere Themen umfasst. Und jetzt schauen wir gespannt auf diese. Ich verstelle siehe.